Wackelt Müller ernsthaft oder wie würden Sie es sehen? Ja, war kein Fake. Nein, es ist tatsächlich so. Nikolai hat wirklich ganz schön zu kämpfen noch mit diesem Blutoguss, der sich im Beckenbereich da festgesetzt hat. Der blockierte ihn ziemlich und deswegen ist er schon noch mehr als fraglich. Wie gesagt, bei Go war es gestern so, dass wir mit ihm individuell gearbeitet haben und da alles dann problemlos gestern ging. Und von daher glaube ich, dass dann im Einsatz für das Wochenende jetzt nichts mehr im Wege steht.